Musik Heute möchte ich euch die aktuelle 20 Euro Goldmünze der Bundesrepublik Deutschland vorstellen, aus der Serie Heimische Vögel, die Ausgabe Weißstorch. Die Münze erschien bereits am 22.06.2020 mit einem Gewicht von 3,89 Gramm, einem Durchmesser von 17,5 Millimetern, geprägt in 999er Gold. Die Auflage der Münze beträgt 40.000 Exemplare pro Prägestätte, das bedeutet insgesamt 200.000 Exemplare. Die deutschen Prägestätten sind Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg. Die Künstlerin der Münze ist Adelheid Fuss, ein Name, den man bei deutschen Münzen recht häufig zu hören bekommen wird. Und die Münze ist die fünfte Ausgabe der Serie, nachdem bereits Nachtigall, Pirol, der Uhu und der Wanderfalke erschienen sind. Der Weißstorch als solches ist in Europa und natürlich auch in Deutschland zu finden. Hier in Sachsen hört man in dem Bezug auf den Namen Spreewald. Ein Ziel, was definitiv eine Reise wert ist, egal ob man Störche sieht oder nicht. Die Tiere können über 30 Jahre alt werden und legen dabei enorme Strecken zurück, denn es sind Zugvögel, die ihre Winterquartiere in Afrika haben oder inzwischen teilweise schon in Südspanien, aber auch dorthin ist es ein weiter Weg. Soviel als kleines Update für heute. Ich bedanke mich an das BVA für die Bereitstellung der Bilder und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss!